so hallo wir machen weiter bei metroid duett letztes mal haben wir uns nach kataris begeben und da ging es los hier geht es erstmal nicht weiter da ist alles hot und dann sind wir hier unten lang dagegen auch nicht viel und dann ja das nächste das nächste dings gebiet und hier oben da hast du natürlich das teil wo wir hin wollen ob ich da schon hinkomme weiß ich nicht wenn ich mir das so angucke schätze ich mal wir müssen diese thermotüren wieder umändern weil ich jetzt nicht weiß ob man das hier noch mal umändern kann oder wie genau das funktioniert so unter funktionieren soll weil ansonsten denke ich zurück ist im moment da komme ich nicht durch das ist alles ja das sind alles für den emmy die wege hier dann wäre es eigentlich nur hier zurück aber das sieht näher da komme ich einfach nur nee nee und ich denke mal diese ganzen gänge kann ich dann halt passieren wenn ich die emmy fähigkeit auch habe ich schätze es geht wirklich erst weiter wenn wir diese thermotür wieder geändert haben ich kann doch mal nachschauen ob ich jetzt mit dem ding aber ich kann das auch nur einmal nutzen ja ja ich kann das nur einmal nutzen und das war es dann auch effektiv okay gut ja dann gehen wir erstmal die richtung weiter denn da waren wir natürlich noch nicht warum direkt nach dem speicherpunkt so ein auflade den kommt weiß ich auch nicht aber gut aber ich lerne das noch nicht dass ich stehen bleiben kann und dann schießen kann das ist nämlich deutlich angenehmer so da ist dahinter ist doch schon wieder heiß oder wir können es kurz öffnen aber dahinter ist heiß das sehe ich doch jetzt schon ja ja ciao oh wait hier ist noch was zugang verschlossen ich meine wir haben gespeichert ich glaube zwar nicht dass es gut ist hierdurch aber ich meine ich oh moment das geht auch nicht auf ja moment ich kann hier nicht mal da kann ich auch nicht mal rutschen nee keine chance nee 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 keine chance ähm aber wo soll ich dann hin ich komme hier nicht also selbst wenn ich durch das gebiet schnell könnte ich kann hier unten nicht durchrutschen also hier geht es auf gar keinen fall weiter aber auf gar gar keinen fall das ist jetzt nicht so gut wir haben hier ja was umgestellt aber vielleicht hat sich dadurch auf dem rückweg hier irgendwas die ist jetzt offen okay hier geht es weiter ich wollte schon sagen irgendeine Thermotür muss sich ja verändert haben oh hi ja ciao du interessierst mich gerade überhaupt nicht so okay die hat sich jetzt verändert da ist wieder heiß dahinter natürlich alles klar da ist aber nicht heiß dahinter okay die Dinger fahren hoch hier können wir erstmal weiterlaufen ich kann das Timing einfach nicht es ist oh es ist so traurig ich glaube ich sehe schon was hier ist ah perfekt dann haben wir da jetzt nämlich den Weg oh ich dachte den Weg nach unten aber dann haben wir nur den Weg in ein heißes Gebiet ich dachte wir kommen jetzt da runter aber an das Ding kommen wir nicht dran okay schade okay aber hier komme ich rein was tut das jetzt oh das besorgt ah das ah das sorgt dafür dass die Dinger die werden vorher noch gar nicht gefahren okay die werden vorher noch gar nicht gefahren geht das auch wieder zurück oder ist das jetzt an einfach ich hoffe nochmal das bleibt einfach an und ist nicht so auf Zeit oder irgendwie so ein Quatsch so also mehrere von denen ist auch ganz schön nervig muss ich gestehen ja ich drück die falschen Tasten ah come on mach dich weg um Himmels Willen so die ganzen Mistdinger da die dann auf dem Weg uns entgegen kommen die können wir jetzt schon mal weg machen hier noch irgendeiner ne ok oh da gibt es aber zwei Richtungen ja cool zwei Richtungen aber wenn ich hier hoch achso doch hier komme ich auch ja ah ok das ist wieder so ein Ding aber hier hinter ist heiß also heiß und ich komme nicht durch was ist das ah Fragezeichen ok sieht irgendwie nach einer Elektro-Tür oder sowas aus keine Ahnung ich komme jedenfalls nicht durch nein jetzt ist der wieder da willst du mich verarschen so hier hinter ist nicht heiß aber hier hinter waren wir schon das ist nämlich die Tür die vorher zu war dann ist die jetzt aber offen und dann können wir jetzt da unten uns eine Energie zurückholen und speichern ok 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 so zack yes ich schätze es so oft ist speichern gar nicht notwendig weil das Spiel ja selber viel speichert aber also so wie jetzt in früheren Methods da war wirklich das speichern halt notwendig weil du halt wirklich dann genau dort wieder gestartet hast wo es du aufgehört hast aber ich denke mal jetzt mittlerweile durch die ja sehr freundliche Speicherpolitik nenne ich es jetzt einfach mal äh ist das ein bisschen anders ah ja da ist jetzt wieder die Umkehrung die die nächsten Thermotüren öffnet und zwar ziemlich sicher die da hier ja die ist jetzt offen ok zurück ins ME-Gebiet oh man ich bin doof ich bin doof ich hätte doch hier runter oh mein Gott ich bin so ne Nuss da ah komm bring mich einfach um wir starten beim Speichelpunkt wieder so dankeschön oh man das war blöd aber wir starten sogar hier wieder das ist was ich meine das ist das ist was ich meine diese überfreundliche Speicherpolitik die sozusagen jetzt so äh so du musst eigentlich nicht mehr die normalen Speicherstände nutzen wenn du nicht Gefahr laufen willst zu viel nachholen zu müssen weil das Spiel halt selber überall speichert außer halt du schaltest die Konsole aus dann ist wahrscheinlich woanders wo du wieder rauskommst aber jetzt rein vom Kaputtgehen dass du dann alles nachholen musst wie es früher der Fall war das passiert halt jetzt nicht mehr das macht die Sache schon einerseits angenehmer andererseits fast ein bisschen zu einfach ich könnte jetzt hier direkt wieder raus aus dem Gebiet natürlich kommt der da ach ja komm dann gehen wir halt wieder raus aus dem Gebiet kein Problem ich bin da nicht böse wenn wir da nicht hochgehen jetzt oh shit aber ich muss das Ding erstmal naja ok ich komm hier noch nicht durch ok da komm ich noch nicht hoch ich muss hier lang ich mein bestenfalls kommen wir gleich da hoch und können das Ding zerstören so schnell es geht aber ich fürchte fast das wird nicht so schnell gehen Rollladen was gehen die also auf oder nicht ah Rollladen kann ich kaputt schießen oder wie sehe ich das scheiße wieso ist jetzt da zu Mist ah wieso war da jetzt zu ja cool Startpunkt ja geil du kriegst mich nicht ich bin gar nicht da aua nein ich bin nicht hier ok jetzt sind wir wieder unten jetzt sind wir wieder hier unten aber wieso bin ich jetzt wieder hier was will ich denn jetzt da ach das war so ein Ding das war eine Sensorschleuse nein ok verstanden ok dann komm ich da dann muss ich da jetzt aber wieder hin dann muss ich da jetzt wieder hin oh shish deswegen gingen die zu ich hab das nicht gesehen dass das eine Sensorschleuse ist und das ist jetzt wahrscheinlich ah die ist trotzdem offen ok ist jetzt hier wir gehen mal ganz kurz hier runter ist jetzt hier irgendwas neu offen was vorher nicht offen war nee ne ich denke nicht dass die Sensor die Thermoschleusen hier irgendwie also da ok die ist offen aber die war vorher glaube ich auch schon offen weil sonst wäre ich da ja gar nicht durchgekommen guck mal jetzt überall solche Gänge das ist klar dass das alles für Dings ist ja ja das ist natürlich alles dann da können wir uns dann dort durch krabbeln oder so also ich muss da hoch zu dem anleck mich doch geht das überhaupt nicht kaputt doch na jetzt häng dich halt ran so und jetzt einfach nur hier unten durch zack und los geht's hab ich nicht gesehen dass das eine Thermo äh ne eine Bewegungsschleuse war gut ok hier bin ich gefangen das ist nicht gut der kommt doch safe hier gleich irgendwo rum wie nah sind wir jetzt eigentlich an dem oh wir sind extremst nah an dem Ding hier dran ah da muss ich ne da muss ich von der ganz anderen da komme ich ganz anders hin wahrscheinlich da komme ich ganz anders hin ja ich glaube wir gehen erstmal woanders hin ich glaube wir kommen jetzt erst da unten raus und dann geht es erstmal ganz woanders hin weiter ok das war zum Glück keine Verfolgung das war ein sehr angenehmer Weg yo was denn das ok darauf kann ich rumlaufen ah die tun mir gar nichts das Ding sieht irgendwie wie ein Monster aus ach da kann ich durchkrabbeln nachher dann ok IC IC da krabbel ich nachher eine Runde durch iiiiiiii ok ich muss den gar nicht zerstören oder ja gut ne wäre nicht notwendig gewesen nice das geht hier nicht kaputt nein da geht nichts da komme ich nicht ran so jene auch gleich mal weg machen sehr schön dann können wir hier kaputt machen und da einmal runter rutschen und da ist es heiß ciao ok dann kann ich hier hoch und kann hier hoch bisher kommen wir voran wir kommen in dem Part ganz gut voran bisher wage ich mal zu behaupten ok alles weg machen was uns irgendwie ärgern könnte na komm wir gehen mal so rum genau das meinte ich so weg mit dir ok da kommen so Würmer die interessieren mich aber eigentlich jetzt auch nicht so wirklich ja ok ok wir sprechen wieder eine Runde mit Adam ich bin gespannt was wir jetzt an Erkenntnissen erzählen können was können wir eigentlich erzählen haben wir mit wir haben mit Adam noch gar nicht geredet seit wir den neuen Emmy getroffen haben extraplanetarmobilmultiformidentifizierer ah das hat mich auch schon gefragt für was das steht extraplanetarmobilmultiformidentifizierer ok ich bleib bei Emmy die Fähigkeit sich in kleinste Räume quetschen zu können ist eine seiner Standardfunktionen jeder Emmy dem du begegnest wird höchstwahrscheinlich davon Gebrauch machen während er dich verfolgt ja aber die kriege ich jetzt auch die Fähigkeit eines Emmy nicht zerstören selbst dann nicht wenn du wieder über all meine Fähigkeiten verfügen würdest wenn du mit einer Übermacht konfrontiert bist musst du deine Grenzen akzeptieren studiere jeden Emmy sorgfältig und nutze den Phantomunhang um dich fortzubewegen doch auch das birgt Risiken der Phantomunhang verringert deine Mobilität und verbraucht mehr Räume wenn du dich bewegst oder schießt trotzdem ist er ja das weiß ich doch schon um zu überleben das weiß ich doch schon eher zum einen das und zum anderen bekomme ich ja das habe ich übrigens noch nicht verstanden warum die Emmy ach vielleicht weil die befallen sind so wie diese X-Parasiten-Dinger ich schätze die sind irgendwie so befallen und dann kriege ich von denen die Fähigkeit ja ist egal jedenfalls kann ich die absorbieren ich sollte nicht so viel hinterfragen ich kann sie absorbieren und bekomme dann deren Fähigkeit warum nicht so und da geht es jetzt nämlich in das andere ja okay ich meine das hier führt ziemlich safe dahin der Weg hier müsste ziemlich safe dahin führen ich glaube der nächste Emmy liegt bald wir gehen jetzt mal noch nicht gleich da rein wir gucken jetzt erstmal hier oh was bist du denn aua ich dachte ich kann vielleicht okay kann ich nicht wow ich dachte okay das ging schneller als ich dachte kann ich ihn irgendwie kaputt machen ich dachte so der hat diesen auch sie ist in diesen du kannst du zurückschlagen Effekt aber hatte der jetzt irgendwie nicht so ich bin hier reingelaufen mache ich dem schaden oder nicht ich glaube ich pfeff jetzt einfach mal alle raketen da rein und guck mal was passiert dann weiß ich zumindest ob ich dem schaden mache oder nicht juhu da geht er durch ja okay ganz normaler Gegner so okay wo geht's da da ist es heiß da ist heiß da ist wieder heiß okay dann kann ich effektiv nichts anderes machen als wieder ins Emmy-Gebiet zu gehen ja hurra das ist genau was ich hören wollte ja natürlich ist das sofort hier natürlich ist hier da unten ist er ja moin ach geh doch heim hier komme ich nicht rum scheiße da komme ich nicht rein jetzt krabbelt er genau da rum Alec ich hoffe das funktioniert ich hoffe das funktioniert der wird mich jetzt safe berühren wahrscheinlich oder so keine ahnung ich hoffe das klappt der ist gar nicht mehr hier ah da drüben ist der in irgendeinem Gang in dem Gang ist der iiii vor allem das spürt ihr ja gar nicht das spürt ihr das kommt mir gerade das spürt ihr gar nicht ähm wenn der sich so bewegt dann vibriert mein Controller so leicht ne so wie Feind ist in der Nähe das macht die ganze Sache halt nochmal deutlich das ist wie so ein Herzschlag fast von Samus jetzt kommt er hoch jetzt kommt er hoch ich kann aber noch nicht den Umhang anmachen oh das lief nicht wie ich das wollte scheiße ja das stimmt diesen Herzschlag oder was das ist das spürt ihr gar nicht aber das das wirkt sich auch auf mich als Spieler aus also muss ich tatsächlich zugeben da unten ist er gewesen dann kommen wir hier aber erstmal raus wieder ok was haben wir hier hübsches die Karte die Karte ist das genau die Karte wie groß ist Kataris ok ein Großteil von Kataris haben wir schon gesehen ah das ist jetzt die andere Seite das fährt auch noch nicht hoch das will ich auch gar nicht dass das jetzt hoch fährt theoretisch ok und hier geht es wieder ins Ami Gebiet und das ist jetzt wahrscheinlich wirklich der Weg ja jetzt bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig das ist jetzt der Weg dahin außer man geht erst vielleicht hier hoch und dann irgendwie so da runter aber ich denke mal das ist jetzt was ist das denn äh Mama Hilfe da geht's raus das ist gut ok hier geht's raus ähm will ich aber ich will hier eigentlich gar nicht ich will eigentlich hier weiter aber was ist das für eine Tür oh aber es gibt wahrscheinlich ja stimmt das ist ein anderer Laser das ist der Laser Typ wenn alle drei also aber vielleicht kann ich den trotzdem auslösen wir werden es gleich feststellen ich muss da nochmal runter also es kann sein dass ich den Laser brauche der Dreifachschuss ist sozusagen es kann aber auch sein dass es schon funktioniert ich muss nur vorsichtig sein jetzt der ist hier ne alles scheiße der ist hier ich komm da nicht runter jetzt ohne das ich würde es gerne irgendwie testen aber der ist halt hier irgendwie oh man ach kacke aber ich denke mal ich muss ja also ich komme ja über den Weg hier gut vielleicht ist auch irgendwas was mir hilft vielleicht müssen wir doch erstmal da lang gehen kann ja sein aber der Weg hier also durch dieses Ding komme ich auf jeden Fall dann am Ende dahin das ist ziemlich offensichtlich aber ich hätte es jetzt gerne mal ausprobiert aber eher es ist nur dieser Bereich das heißt der ist da auf jeden Fall hier drin will ich das probieren ne der ist der ist der ist direkt hier ne braucht man nicht versuchen ok wir verschwenden da hat es keine Zeit mehr hab ich da nicht gerade was aufgeschossen ach nee das sieht nur so aus ok das geht auch nicht kaputt ach guck mal da ist auch so ein Dreierding ok wir kriegen jetzt hier den Dreierschuss ziemlich sicher ziemlich sicher können wir dann den so also ach so aufteilen den Schuss halt ups ja das war das war nicht so smart aber ist egal komm mal her Kollege oh neuer Energy Tank den würde ich ja auch feiern komme ich da ran ah da muss ich wahrscheinlich durch den heißen Kram da durch oh ok was mache ich jetzt damit äh ah jetzt ah das bewegt jetzt die Dinger ok aber das fährt ja nur den hoch und runter so was nützt mir das ah ok es macht mehr ich wollte schon sagen das senkt hier die Lava und mach den Bereich kühl und dann komme ich hier rein ich verstehe oh das ändert alles jetzt müssen wir nämlich doch wieder durch den Bereich zurück oh nein jetzt müssen wir doch wieder durch den MW oh Schande oh no ich muss straight hier durch hier raus einfach hier raus einfach runter und raus ich muss den hier hochlocken und dann runter komm her ich bin hier ich mach krach komm her jetzt juckt es dir nicht ne na komm komm hier rum und ciao ok so jetzt können wir es vielleicht nochmal wo ist der jetzt gerade ja man muss die man muss die alle drei gleichzeitig treffen und es geht natürlich nur ja 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 nein er hat zugemacht scheiße er hat zugemacht ah fuck er zugemacht ich hab's nicht ja Mist ach doof ok aber wir starten hier weil wir halt hier das ist schon ne also ihr seht äh in nem alten Metroid Spiel oder grundsätzlich in nem alten Spiel würde man halt jetzt da wieder starten wo man zuletzt gespeichert hat und dann muss man schon ein bisschen mehr nachholen aber auch das war machbar also das ist jetzt hier man spielt dadurch ein bisschen wie soll ich sagen unvorsichtiger weil's egal ist wisst ihr was ich meine das ist so oh Mist ich muss hier nochmal durch das ist so ein bisschen ähm ah ich muss hier rum stimmt ja 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 genau da oben geht's jetzt rein ok da muss ich aber einfach nur gerade hoch und raus ok das krieg ich hin äh naja man spielt so ein bisschen ähm unvorsichtiger eben weil man einfach weiß es ist eben nicht so dass ich beim letzten Speicherpunkt wieder starte sondern ich starte im Prinzip fast genau da wo ich gestorben bin und das macht die Dinge halt deutlich deutlich entspannter was aber irgendwo auch schade ist was aber irgendwo auch schade ist weil so hast du nicht diesen Druck so ist es effektiv nicht schlimm wenn es passiert du denkst halt so ach ja ok der Emi hat mich erwischt das ist jetzt zwar irgendwie ärgerlich ich hab nicht gut gespielt aber ich hab keinen Schaden dadurch ich finde das ist äh aber das ist halt allgemein so die aktuelle Spielpolitik dass man Spielern sowas einfach nicht mehr antut so ganz viel nachspielen so ne ist einfach nicht mehr weiß noch nicht was ich davon halten soll weil das hast du ja in jedem Spiel das hast du wirklich in jedem Spiel schaut dir Zelda Birth of the Wild an so da warst du auch mal tot und das ist aber hat effektiv war es einfach nicht schlimm jeder ist jetzt der Gang zu nehmen wait waren wir da nicht schon drin ja da komm ich einfach hin ich komm jetzt an den Energy Tank ist die schon offen die ist auch offen ne ich komm nicht an den Energy Tank weil hier zu hä wait bin ich blöd weil hier waren wir doch wie komm ich denn hä wie bin ich denn da reingekommen oder war die von der Seite einfach offen äh müssen wir gleich nachschauen machen wir doch glatt komm ich da jetzt ran oder nicht hier ist offen ja hier ist auch einfach offen okay cool Energy Tank in meine Tasche sehr schön okay cool da drüben ist aber noch ein hä oh wait oh wait okay langsam ah jetzt bin ich hier den Weg nicht weitergelaufen das war lol was auch immer da ist es ich komm da ran ja holen wir uns äh ja dumm das holen wir uns noch und dann beenden wir den Part ah die Reihenfolge war falsch ich hätte jetzt zum Schluss zum Energy Tank also das war ein bisschen doof weil was immer da hinten ist ich komm auf jeden Fall ran glaub ich zumindest ja hier komm ich hoch also easy ach geh halt weg ja aber das meine ich so ich laufe jetzt hier einfach durch weil das schlimmste was mir ja cool Energieeinheit erhalten sammle 4 um die Maxi ah das ist ein Herzteil na einfach ein Herzteil okay ähm das das ist äh was wollte ich sagen ähm ich hab's vergessen äh damit haben wir 9% Items übrigens jetzt schon ist klar wenn die Items für jedes Ding extra gezählt werden gehen die Prozente natürlich schneller hoch logisch was wollte ich denn sagen äh ach so wegen dem wegen dem dass es halt zu leicht ist ich ich laufe einfach durch alles durch so ich lasse mich treffen und ich denke mir halt so ja ist es egal weil selbst wenn meine Energie kaputt geht probiere ich es halt einfach nochmal ich hab ja keinen Schaden davon und das ist wie gesagt das was ich bisschen problematisch sehe einfach in der gesamten also nicht nur jetzt bei Metroid in der gesamten Spielentwicklung weil wie gesagt so wird niemand jemals den Schmerz spüren den wir gespürt haben wenn man irgendwo 3 Millionen mal nachspielen musste und zwar immer wieder immer wieder nur beim Speicherpunkt gestartet ist und dann war nämlich auch das Finden eines Speicherpunkts deutlich angenehmer und wichtiger so und hier schließen wir jetzt aber erstmal ab ich bedanke mich fürs Zuschauen ich gehe stark davon aus dass wir beim nächsten Mal dann den Emmy wieder zerstören werden und ja tschüss Bis zum nächsten Mal.